157 Kilogramm Starke Beine, Konzentration im Ausfallschritt Da hoffe ich, dass er sich da nicht böse wehgetan hat Da stand er doch eigentlich schon sicher da Bekommt dort einen seitlichen Drall Versucht, verzweifelt die Hantel noch zu halten Um in dieses sogenannte Abzeichen zu kommen Eine ganz, ganz knappe Kiste Schauen wir uns nochmal an Hier im Ausfall, hier im Umsatz Noch sehr gut gearbeitet Und bis hierhin auch Ausfallschritt, perfekt Vorderes Bein, hinteres Bein rangezogen Aber dann, dann kommt eben Auf einmal ein leichter Drall rein